20 Jahre QS, das ist nicht nur der erfreuliche Moment des Jubiläums, das ist eine beeindruckende QS-Erfolgsgeschichte vom ersten bis zum heutigen Tag. Dazu gratuliert die Deutsche Gefühlewirtschaft von Herzen, vorneweg Herr Dr. Nienhoff, aber natürlich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen QS-Gremienmitgliedern. Alle haben wohl alles oder fast alles richtig gemacht. Wir sind stolz und dankbar, langjähriger Partner von QS zu sein. QS, das ist Qualität und Sicherheit für Lebensmittel. Damit hat QS das Vertrauen der Verbraucher an der Fleischtheke gewonnen. Und auch die Nachfrage nach Gefügelfleisch war noch nie so hoch wie heute und sie steigt weiter. Auch deshalb gehen wir gerne mit der QS in die Zukunft und wünschen für die Zukunft alles Gute.